hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 sind bei projekt hier auf der hof bergmann mit einem wunderschönen guten tag wünschen euch so der hier der ist fertig mit düngen das kann wir abschließen so So, eh, nicht einstellen, zack, abschließen, der beim Unkraut ist noch dabei und, ja, fahren wir wieder nach Hause, rundum leuchten an und ja, haben wir eigentlich einen Waschplatz. Hey, 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 hey. Ja, irgendwo. So, dann. Dann geht's nach Hause. Und dann schauen wir weiter, was wir machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch bald Sommerferien habt oder frei oder Urlaub oder wie ich sie euch nennen, ja. Das wird mich interessieren. Und wenn ihr noch coole Mods habt, die zu dem Projekt passen, schreibt auch gern Modvorschläge in die Kommentare, schaue ich mich gerne an, was ihr gerne hier in dem Projekt haben möchtet. Und ja, kurz Input und zwar, morgen startet ein Multiplayer-Projekt und zwar auf der Süd-Hemann werden wir morgen anfangen und ja, wird morgen eine Folge kommen und ja, falls ihr Bock drauf habt, lasst gern ein Like da, schreibt einen Kommentar dazu und ja, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, das wird mich sehr interessieren, äh, sehr freuen, hier mal einparken. Danke für die tolle Unterstützung, was ihr mir gerade gebt. Macht weiter, so ihr seid die beste Community, die ich jemals haben kann und ja, zack, zack, so. Heißt auch bald fertig, gibt's noch Aufträge, ne? Enten müssen wir jetzt auch mal bald füttern. Aber da haben wir ja nix im Lager, da müssen wir ja noch schauen, wie schnell das hier wächst. Zehn Minuten noch? So. Wasser könnten wir eigentlich schon, wo ist denn der jetzt? hier. Eigentlich könnten wir ja den hier verkaufen, den brauchen wir ja nicht. So. 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 Okay. Hoppa. Ich sehe da gar nichts weiter. So. So. Wasser. Was? Dann können wir den schon wieder zurückstellen. So. So. Es kommt. So. Es war. Gott. So. Zack. Mann. So. Dann gehen wir den schon wieder rüberstellen und auffüllen. So. 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 Dann schauen wir einmal ob wir in den Pfoten haben. Oder sonstiges. So. 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 Dann schauen wir einmal ob wir in den Pfoten haben. So. So. Entschuldigung. So. 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 Okay, auch da lassen, so, machen wir da mal Mal schauen Haben wir jetzt nichts zu machen Abbanken können wir eigentlich So Wenn du jetzt nicht schön bleibst, dann schlag ich dich Aber richtig Alter Ja, wirst ja wohl stehen bleiben, oder? Ja Der braucht zwei Minuten Vorletzte Bahn Wer ist leer? So 95% Ja, so Dann schauen wir schnell noch was anderes Und zwar Was wir uns als nächstes holen Was wir uns als nächstes holen Schweine oder andere Sachen Dem ist mir auch natürlich Versorgen Wasser haben wir ja schon Aber das Feld ist ja noch nicht reif Die letzte Bahn Den kann man eigentlich entlassen Zack Zack V Das momentan ist schnell selber Dann ist ja auch fertig Dann ist ja auch fertig Okay Okay Das ist Gleich da unten Im Händler So Sperr noch schnell kurz Dann Ja Dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen Falls ihr euch gefallen hat Das like nicht vergessen Schreibt ein nettes kommentar Abonnieren Falls ihr es noch nicht getan habt Schaut zur nächsten Folge vorbei Und ja Falls ihr noch mods habt Gebt gerne den link in die kommentare Und ja Dann bis zum nächsten mal Tschüss Haut rein